Gut, wie machen wir das bei der Wave? Bei der Map? Äh, darf ich die Map vorher sehen? Ja, klar. Ähm... Problem ist, was die Guardians angeht, wir haben kein Flieses Schloss Ding. Heißt, es ist scheißegal, was wir da reinhauen, glaube ich. Bei dem Schild. Äh, wo sehen wir denn eigentlich? Achso, ja, okay. Wir haben... Okay, ich hau mein Guardian zum Schild, ne? Würde ich so sagen. Darf ich mal ein Guardian auswählen? Ach so, okay, ne. Na, gut, ich hab halt nur die. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da bei den Brücken, ob die da lang rennen oder nicht, weil sonst könnte man irgendeinen Weg da zubauen, weißt du? Wenn die bei den Brücken nicht lang rennen, dann können wir, weiß ich nicht. Ne, das wäre, glaube ich, zu OP, weil die sind ja direkt da dran, ne? Ja, okay. Beziehungsweise, gut, wir müssten dann halt eigentlich nur zubauen. Ja, ich glaube nicht, dass die über die Brücken rennen, aber dann können wir rechts, also von den linken beiden Wegen einen da zubauen, irgendwie. Als erstes... Wieso erst mal von ganz rechts, deswegen... Ja, schätze ich auch. Oder von links und dann... Nochmal links und dann erst rechts. Und alles genau so. Wir werden sehen. Ja. Ja, man, 13 Minuten aufgenommen. Uh! Jetzt schon? Ja. Krass. Hallo, Römer, liebe Freunde. Hallo, Römer, liebe Freunde. Wir sind die Org-Schlechter. Ja. Ja. Vor allem, ich kann die Parts einfach nach den Leveln benennen, die wir machen. Das ist voll geil. Die wiederholen sich aber, die Levels, bei den Schwierigkeitsgraden. Die Namen, echt? Ja. Es gibt zum Beispiel bei dem, was wir jetzt gerade spielen, die Dinger, ne? Das sind ja das Einfachste. Beim nächsten, das habe ich ja schon freigeschaltet, da, ähm... ist, ähm... das, wo diese Gülle war. Diese grüne Gülle unten. Ja. Okay, man kann hier lang, aber ich glaube, das ist gut für uns, oder? Ja, nur wir können hier lang, denke ich. Ja, guck mal, wir sind jetzt nämlich hier etwas weiter oben. Weißt, wir können hier lang rennen? Wie kommst du erst? Ja, alles. Wollen wir hier den Weg zubauen, oder wollen wir hier den Weg zubauen? Ich baue jetzt hier. Nee. Vielleicht so ein bisschen. Ja, die, die laufen hier lang, das heißt, wir könnten, glaube ich, hier den Weg zubauen. Wollen wir eben, geht das? Ja, es geht, okay, guck mal. Jetzt laufen sie nur noch hier lang. Vor allem, hier können wir überall diese Teile in der Mitte benutzen und dann da Teerplatten zwischen, dass die Pfeile ordentlich reinknallen. Ja, ja. Mach mal hier die andere Seite noch zu. Hä? Ach nee, du hast gar keinen Mann, glaube ich, ne? Doch, da. Äh, Barrikade, genau. Achso, du willst Barrikade da machen. Ja, guck mal, dann laufen sie nur zu der einen Seite hier. Ja, okay, das geht natürlich auch. So, ich habe jetzt auch keinen Manni mehr. Das heißt, wir müssen starten. Äh, ja, ja, Moment. Frag ich das wo ein hin? Hau dir mal hier vorne weiterhin, hier vorne, hier vorne, hier vorne. Und hau hier nochmal an die Wand ein. Hau an die Wand. Ja, das ist gut. Ja, okay, wir starten. Weil sonst die Zeit halt, ne? Ja, eben, deswegen. Ja, kommt schon, Leute. Können wir die Türe nicht öffnen? Mann! Macht sich schneller kaputt, Mann. Ich helfe euch, ich helfe euch. Ja, nice. Gehelfen den Orks. Biggest Combo, 6 auf 1 Streich, geil. Jetzt machen wir eine Q ein. Ja, ich bin jetzt schon Level 2, hau auf dich. Nein, du haust hier nicht ab. Ja, ich bin auch Level 2. Ich wollte eine abhauen. Nächste Wave, ich baller hier mal ein paar Stacheln, ne? Okay, dann haben wir hier auch eigentlich erst mal genug gedeppt. Ja. In den ganzen Stacheln und so. Das ist halt auch, das ist echt so. Bam! Auch außerdem, diese Barrikaden-Dinger, die können auch kaputt gehen, ne? Ja, aber... Deswegen ist das das mit dem Leben auch. Ja, klar, aber ich weiß nicht, wann sie kaputt gehen. Das ist das Ding. Wann gehen die kaputt? Das sind nur bei bestimmten Einheiten, ne? Ah, okay. So, die kommen jetzt von der anderen Seite auch noch, ne? Ja, ja. Die werden auch safe hier lang gehen, denn... Nein! Oh, scheiße, ich hab mich falsch in Guardian gesetzt. So, ich hab keinen Dings mehr. Drück schon mal Z. Ich bin gleich hier nicht. Ich blende nur schon mal mein Guardian, hier ganz hinten. Jetzt kommt es nur so gut hin. Ja, 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 Leute. Ich bin wieder auf dem Weg. Äh... Immer mit der Ruhe. Ja, alles chillig. Wir haben halt null Chancen, Alter. Okay, vielleicht doch ein bisschen. Ja, die Q von ihm ist so OP, ne? Die ist so strong. Oh, Leute, wo kommt ihr denn her? Ich bin schon Maximum Level. Ne, gar nicht. Eins geht noch, okay. Wollt schon sagen, Alter. Weißt du was? Ja, alles trash. Das war ja der nächste Wafer. So. Das restliche Geld spare ich mir auf. Für die... Für das Tor ganz hinten. Wie viele Rays müssen wir machen? Sieben, okay. Oh, ne. Die Schild-Spastis. Die Schild-Wachen musst du einfach von hinten verschießen. Ja, klar. Oder B-S-Kalten, glaub ich, sie usen gehen auch, ne? Haaah! Kommt der! Okay, jetzt kommen sie auch noch von der anderen Seite. Ja, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Ich baue hier mal noch ein bisschen zu. Ich mach das. Ja, die Ddo. Kommt her, ihr Boogies. Unsere Ballen gönnen sich halt einfach übel, ne? Dafür sind sie ja da. Ja. So strong! Da kommt einer zu dir durch, ein Bär. Oder ein bisschen was kommt zu dir. Ja, ja, ist cool. Ich bin ja am Regeln. Alles klar. Okay, ich bin nicht mit dem Bär. Alter, diese Scheiß-Bogenschutzen, ey. Die sind echt nicht cool. Naja, die sind nervig, ne? So, mittlerweile Level 6. Ja, ich glaub ich auch. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. So, wenn euch hier noch ein paar fallen hin. So. Also hier die Seite ist auf jeden Fall eigentlich komplett safe jetzt. Eigentlich komplett safe. Ach, die Bären heilen sich ja, ne? Stimmt. Halloy. Eigentlich komplett safe, ne? Ja. Oh, ich glaub ein bisschen mehr Mana. Okay. Räufst du's ja, ne? Alles klar? Ja, gut. Bei mir ist es komplett gedeppt. Ja, bei mir ist es auch alles gut. Ich komm trotzdem noch zu dir. Bam! Okay, schnell bauen hinten. Ja, jetzt kommt die Seite von der anderen Seite auch noch. Ja. Dann müssen wir einmal zubauen jetzt. Ja, mein Guardian steht halt schon. Das ist ziemlich geil. Eine Seite, ich mach die Seite hier zu mit Barrikaden. Die Seite? Okay. Dann kratz ich mal die Seite hier noch zu. Schau, siehst du, ich hab mich fast verhörtert auf dem Punkt. Ich muss sagen, Spikes, 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 Arrowwalks, noch mehr Spikes und ich hab kein Geld mehr. Ja, ne. Da kommen sie nur von der Seite? Ne, ne? Die kommen von hier und von oben. Ja, dann geh ich wieder nach oben, ne? Gut, dann start mal. Ja. Zeit, 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 Zeit. Ja. Das ist die letzte Weg. Ah, echt schon die letzte? Ja, da war ich sieben. Oh, lol. Ist das gar nicht mit wahr? Ne, irgendwie nicht. Er kommt von hier oben wirklich was? Ne, von hier oben kommt gar nichts. Ja, das ist Zeit versetzt, ja. Meinst du? Ja, minimal. Ah ja, jetzt kommen sie doch okay. Ja, der Boss ist bei mir, ja. Übertreibt. Der Boss ist bei mir. Ah, bei mir, ich hab zu tun. Er konntet ihr auch nicht senden, wa? Ja, komm, greif mich doch an. Nein, Bossi, greif mich an. Was? Es kamen viel zu viele, kamen mir an. Es kamen immer noch welche an. Dieser Boss, endlich, ich hab den Boss besiegt, Alter. Meine Güte. Die haben viel zu wenig Fallen hier hingestellt, Alter. Viel zu wenig. Nein, wir werden wieder gewinnen. Echt? Naja, die sind einfach vor dem Guardian vorbeigelatscht. Sind welche durchgekommen? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Oh Mann, oh nein. Ich dachte einfach, du bist irgendwie gestorben, oder hast du irgendwie nicht, weiß nicht. Zeit haben wir auch nicht geschafft. Egal, komm. Kiste kriegen wir trotzdem. Jo, eben. Und bin ich Level 8? Nein, leider noch nicht, okay. Das heißt, glaube ich, dass ich das gar nicht packen kann. Was ich, glaube ich, jetzt gar nicht starten kann. Die nächste Dings. Ah, ich kann Arrow Ball upgraden? Ich noch nicht. Aber ich hab welche bekommen, ja. Ja, wir können ja sonst, wenn du willst, ähm... Boah, ich hab welche von den neuen Traps gekriegt. Nice.